0% Finanzierung. Das Ganze noch bis zum 30. Juni bei WeCycle. Wir sind jetzt hier in St. Wendel in der ersten Etage bei WeCycle. Ich zeige es mal gerade. Es gibt zwei Etagen. Das ist die untere Etage. Und wenn Sie nach oben kommen, da sehen Sie eine ganz große Rennsportabteilung. Und es geht um Rennräder. Die ist dort hinten. Denn St. Wendel hat eine ganz große Tradition für Rennräder. Habt ihr relativ viele Rennräder? Ja, relativ viel. Also wir haben schon ein bisschen Auswahl da, was so das Kernthema dann halt auch angeht oder die gängigsten Modelle in dem Bereich. Und wir haben jetzt den Platz auch in St. Wendel. Riegelsberg ist ein bisschen zu klein. Deswegen dort keine Rennräder, keine große. Aber hier bekommt man die? Hier bekommt man die. Das heißt, ich könnte aber auch, wenn ich die hier kaufe, den Service später auch in Riegelsberg machen. Das ist kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Also das kann man immer gerne machen. Man kann auch immer gerne mal ein Rad zur Auswahl mitbringen nach Riegelsberg, wenn ein Kunde ein explizites Rad wünscht. Aber jetzt nicht nach St. Wendel kommen will, weil es für ihn zu weit ist. Können wir auch sowas realisieren. So, ein Rennrad für, ich sag mal, 8.000 Euro zusammenzustellen, das ist überhaupt kein Problem. Dann nimmt man einfach die besten Komponenten am Markt. Aber ein Rennrad für 2.499 Euro, das Sie auch noch mit 0% finanzieren können, was absolut gigantische Komponenten mit dabei hat und trotzdem nur 2.500 Euro kostet. Das ist schon nicht mehr so einfach. Ja, richtig. Also es geht schon, gerade mit dem Partner mit Cube, der wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut ist. Immer eine Top-Ausschattung bietet bei jedem Rad. Und hier halt auch wirklich ein Klassiker, das Acreed C62 Race Disc. Das Modell gab es auch im letzten Jahr schon. Es ist eigentlich unverändert geblieben. Es gibt zum einen das Schwarz, wie man es hier sieht. Es gibt aber auch noch ein rotes Modell, also das genau gleiche Rad, nur in der zweiten Farbe, was auch sehr schick ist. Hier wirklich alles dran, was man braucht. Komplette Ultegra-Schaltgruppe, Carbon-Rahmen, hochwertiger Laufradsatz von Newman. Also eigentlich alles das, was man für den sportlichen Ambitionierten braucht. Und mit einem Gewicht von 8,2 Kilo auch wirklich sehr leicht. Sag mal, zählt denn da jetzt jedes Gramm? Also es gibt ja Leute, die da wirklich Gramm für Gramm abspecken bei dem Fahrrad. Du fährst ja selber Fahrrad. Ist schon wichtig im Vollprofi-Bereich. Aber was machen zum Beispiel 200 Gramm aus? Ja, es kommt immer ganz darauf an, ob es die bewegte Masse ist oder dementsprechend dann die rotierende Masse. Also gerade Laufradsatz oder so kann man, wenn man da Gewicht spart, auch ein wirklich schnelleres Rad draus machen. Also Thema Trinkflasche, klar, die nehme ich ja auch mit. Aber gerade was das Thema Laufrad angeht, in der rotierenden Masse dort 200 Gramm zu sparen, macht ein Rad schon deutlich schneller. Ich habe immer so einen Spaß gemacht. Die Leute könnten ja statt 8 Kilo in einem 8-Kilo-Fahrrad einfach 2 Kilo abspecken. Dann hätten sie ein 6-Kilo-Fahrrad. Aber so wird es nicht gemessen. Das sind die rotierende Messe. Nein, so wird es nicht gemessen. Das wäre dann natürlich schön und einfach. Aber in dem Fall ist es natürlich nicht so. Das heißt einfach nur Gewicht verlieren beim Fahrrad. Das macht es nicht aus. Wenn man so ein Fahrrad fährt und fährt zum Beispiel einen Berg hoch. Und viele haben zum Beispiel Berge so, ich sage mal in Erinnerung, wo sie mit einem normalen Fahrrad hochgefahren sind. Das ist hier mit so einem Fahrrad, man spürt das Fahrrad fast gar nicht mehr. Nee, also ein Rennrad ist das sportlichste Fahrrad, was wir kennen. Also grundlegend, wo jetzt natürlich auch der E-Biker noch sagt, okay, Rennrad gibt es wahrscheinlich nicht. Als E-Bike doch gibt es mittlerweile auch schon. Aber es war die Hürde, die er am längsten gebraucht hat, die man nehmen musste. Und hier sind wir natürlich noch ohne Motor unterwegs. Das bewegt sich sehr leicht. Also auch schwere Berge zum Beispiel in kleinen Gangen, wenn ich die richtig nehme, das fährt sich fast von alleine. Also klar, wenn ich jetzt 25 Prozent Steigerung habe, dann nicht mehr. Aber so 13 Prozent oder 10 Prozent Steigerung ist easy im richtigen Gang. Ja, es ist auch die Übersetzung, die eine ganz andere ist, wie jetzt beim Mountainbike oder Trekkingrad, was das auch nochmal ausmacht. Aber sicherlich, hier ist das leichte Gewicht das, was auch diesen Vortrieb halt auch nochmal bringt. Und das macht sich auch wirklich direkt bemerkbar. Also wenn man noch nie Rennrad gefahren ist und man fährt sowas mal, denkt man, Mensch, das ist Wahnsinn. Ja, es gibt ja Leute, die sehen das jetzt. Ich bin jetzt kein Profi, will mir aber was Ordentliches gönnen. Da habe ich mit zum Beispiel dem Carbonrahmen was sehr Haltbares und ganz Tolles. Ja, also in dem Fall hier der C62 ist wirklich ein ausgereifter Rahmen im Cube-Programm. Natürlich, klar, solche Sachen wie innen verlegte Züge sind mittlerweile State of the Art. Das haben sie eigentlich alle. Sogar einen Lenker drin. Das heißt, hier habe ich keinen Zug, der irgendwie nach innen geht. Das wird hier eingespeist in den Lenker und landet dann anschließend hier in einer Kombischaltgruppe. Wie funktioniert das? Ja, also hier laufen die Leitungen eigentlich nur unter dem Lenkerband entlang. Das geht auch nicht anders. Das ist schon immer so gewesen. Sie sind aber weg. Ja, sie sind komplett weg. Also es ist anders wie dann schlussendlich bei einem Mountainbike oder Trekkingrad. Aber das ganz Reduzierte, man sieht das jetzt mittlerweile noch ein bisschen besser bei den Scheibenbremsen, wo die Leitungen hier oben in die Gabel eingeführt werden. und unten dementsprechend halt wieder rauskommen. Ich glaube, ich drehe es besser so rum. Da sieht man also, wie das hier wirklich sehr ordentlich verlegt ist und dadurch die Optik sehr, sehr clean bleibt halt auch. Wie funktioniert das Schalten jetzt? Also ich sehe ja keinen Schalthebel hier. Genau. Geschaltet wird im Prinzip über den kompletten Bremshebel. Das heißt, das Runterschalten erfolgt über den kleinen Hebel und das Hochschalten über den kompletten Hebel. Im Prinzip ist die Schaltung und der Bremshebel eins. Ja. Das ist eins. Das hat man beim Mountainbike auch schon vor einigen Jahren mal gehabt. Das hat sich aber nicht so durchgesetzt. Technisch hat das super funktioniert, aber der Markt wollte es einfach nicht so akzeptieren. Hier beim Rennrad haben wir das immer schon so, wie gesagt, runter mit dem kleinen Schalthebel, hoch mit dem großen. Und ich kann halt immer auch die Hände komplett am Lenker lassen, beziehungsweise das wäre die obere Position dann halt auch. Oder ich gehe runter in die Rennposition. So, jetzt darf ich ja mit so einem Fahrrad. Das ist jetzt ein reines Straßenfahrrad, muss man schon sagen. Also jetzt so Schotter und so, das wird schon schwierig. Das wird schon schwierig. Dann müssen wir schon eher zu einem Gravel oder zu einem Crosser dann übergehen, wo die Bereifung natürlich auch nochmal eine andere ist. Hier haben wir eine Straßenbereifung. Das ist 100% straßenorientiert. und nichts anderes. Ja, die Reifen haben auch noch Luft. Die Reifen haben auch noch Luft, ja, klar. Die sind so schmal, dass man sich ja wirklich fragt, im Prinzip der, wenn wir die jetzt gefahren werden, der ist sehr, sehr hoch, der Luftdruck, den man hier auch anbaut. Ja, wir haben einen deutlich höheren Luftdruck wie bei allen anderen Rädern. Je nachdem, natürlich auch nochmal Körpergewicht spielt eine Rolle, aber im Schnitt fahren wir schon Drücke zwischen, sage ich mal, 6 und 7,5 Bar. Echt? Ja, okay. Und gut, da ist ja auch nicht viel Luft drin, muss man sagen. Das heißt, wenn da jetzt ein bisschen Luft rausgeht, das macht dann direkt ein, zwei Bar aus, oder? Ja, genau. Also hier haben wir wirklich im Gesamten nur einen reinen großen Druck. Und das heißt, einmal draufdrücken, entweicht dann halt schon relativ schnell und viel dann auch. Ja, es ist nur ein Beispiel. Also man kriegt hier für 2.499 Euro. Jetzt in der Aktion finanziere dieses Rad für 69,40 Euro mit 0% Finanzierung. Das wären denn in dem Beispiel 36 Monate? Ja, das sind 36 Monate. Das heißt, ich kann es entweder hier bar bezahlen für 2.499 Euro. Das ist schon die Speerspitze hier bei dir so ein bisschen? Ja, also das ist, sage ich mal, mit der gängigste Preisbereich im Rennradsegment. Wir haben natürlich auch noch einige Modelle unter 2.000 Euro für denjenigen, der sagt, okay, ich fahre Mountainbike, will ein Rennrad ein bisschen als Ergänzung nehmen. Alles, was jetzt da drüber kommt, ist schon mit unter anderem der ambitionierte Fahrer. Aber auch gerade bei dem Rad habe ich eigentlich alles, was ich brauche, rein ausstattungstechnisch und vor allen Dingen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist top. So, vielleicht eine Stufe drunter, gerade noch so zu zeigen, dass wir das mal haben als Ergänzung. Das waren ja 2.500 Euro. So ein ähnliches Fahrrad gibt es ein bisschen günstiger. Ich frage mal gerade. Das Attain GT-CSL-Disc wäre dann die Modellreihe unten drunter. Das heißt, wir haben auch in dem Fall hier eine Ultegra-Schaltgruppe mit drauf. Das ist eigentlich ähnlich. Wir haben aber einen anderen Rahmen. Wir haben nicht mehr den Agree, sondern den Attain. Der Attain unterscheidet sich darin, dass er eine kompaktere Sitzposition hat. Das heißt, wir haben ein längeres Steuerrohr mit einem kompakteren Rahmen kombiniert. Das Agree gehört schon ganz klar mit zu der sportlicheren Riege, die vom Handling her oder von der Sitzposition einfach nochmal einen Ticken sportlicher dann halt auch ist. Okay, das bedeutet, ich bin noch ein bisschen dem Wind angewinkelt. Mehr die Riegeposition, also das heißt nochmal die sportlichere Sitzhaltung, die es dann halt auch ausmacht. Die Attain-Serie liegt dort unten drunter. Das ist auch die Einstiegsserie. Wir können hier mal das Modell, was wir nebendran sehen, für 13,99. Das ist jetzt mal so dieser klassische Einstiegsbereich, aber auch schon mit den Vorzügen einer hydraulischen Scheibenbremse. In dem Fall jetzt mit einem Aluminiumrahmen und der kompletten 105er Schaltgruppe von Shimano. Das ist natürlich dann ein bisschen schwerer, muss man sagen. Aber ich sage mal, auch das fährt ganz gut, das Fahrrad. Ja, auf jeden Fall. Also wir reden hier von einem Top-Bike. Es ist immer die Frage, was will ich mitmachen und wie ist mein Anspruch natürlich auch an das Produkt. Genau, das beide Fahrräder in der 0%-Finanzierung. Also wenn Sie Lust haben, noch bis Ende Juni 2019. 0%! Was muss ich mitbringen bei 0%? Einfach nur Personalausweis und EC-Karte. Dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten, bis wir den Antrag gestellt haben und wird dann aber auch im Prinzip direkt ausgeführt. Ich habe gehört, viele nehmen mir Fahrrad sogar mit danach. Ja, geht auch. Klar, wenn also die Finanzierung ist im Prinzip ein Baustein, der relativ einfach funktioniert. Sobald wir die Genehmigung haben und es funktioniert mittlerweile auch alles online, kann der Kunde das Rad mitnehmen. Ja, ihr seid auch Spezialist für E-Bikes, so ist es. Aber jetzt diesmal Rennräder, denn ich sage mal, ihr sagt ganz klar dimensioniert auf das Thema E-Bike, muss man sagen. Mountainbikes, Trekkingräder, alles was E-Bike geht. Aber viele Fragen, habt ihr noch Fahrräder ohne Motor? Deswegen diese Serie heute mal. Ja, gibt es. Und das war jetzt mal das Segment Rennräder, in dem Fall vom Hersteller Cube. Wo findet man euch? Entweder in St. Wendel, in der Linksweiler Straße, 27 A, das ist direkt hinter der Schelltankstelle, oder in Riegelsberg, wie gesagt, da war keine Rennräder, in der Saarbrücker Straße 171, unweit vom Kaufland. Also ich könnte hierher fahren, könnte mir das Fahrrad aussuchen, Service und alles drum und dran würde dann auch in Riegelsberg gehen. Genau, das würde auch dort gehen. Ja, Nico, die Öffnungszeiten nochmal? Es sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Von 9 bis 13 Uhr samstags, ja. Vielen Dank Nico Ockenfels und wenn auch Sie Lust haben, 0% Finanzierung, zum Beispiel dieses tolle Fahrrad für 2.499 Euro, für sagenhafte 69,40 Euro. Ja, tschüss. 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 Tschüss.